Abonniert Swagmods Teams und tut Benachrichtigungen auch einschalten, wie ich es gerade gemacht habe. Ja. Hey Guys, ich bin wieder zurück. Und ich mache heute ein Push-Video wieder. Ja, das fängt schon wieder an. Ich mache jetzt nur hier so ein kurzes Video, sorry, und ich fange dann erst später dann wieder auch an. Ja, keine Ahnung, guck mal, deshalb mache ich das Video schnell. Also, ich will mal nur mal durchgehen, abonniert ihn, er macht so Minecraft-Hack-Videos und so weiter und so fort. 25 Likes sind gut. Wieso Dislike? Hm, also, er spielt gegen andere Spieler, PvP würde ich sagen, oder Sky Wars. Hatte ich früher auch gespielt, bis ich Minecraft nicht mehr hatte. Ups, ich muss schnell aufladen. Jo, und er macht so Abo gegen Abo. Das ist auch so ultra nice. Ja. So, abonniert ihn, er abonniert euch dann auch. Mhm. Ja. 225 Abos, nicht schlecht, jo. Sehr, sehr gut. Kanal Info. Ja, er macht euch auch ein Unlock All Free, sagt er. Ja. Also, er macht sehr, sehr gute Videos. Ja. Die Musik ist gut, ihr benutzt. So, ja, abonniert ihn und liked seine Videos. Abonniert ihn, er abonniert euch dann auch. Ähm, ja. Dann, ja, ich denke, heute war es mit dem Video. Und tschüss. Ja. 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 Egyptians hat gerade gehört tutti. Bis bald. Ja. Wir beide encanta C님. Ja. 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 ichtig. Ja.